Was ist das Menschenbild von Lenin und Stalin? Das Menschenbild von Lenin und Stalin, glaube ich, war sehr unterschiedlich. Das Menschenbild von Lenin kann man vielleicht mit einem Satz von Maxim Gorky umschreiben, der in seiner Zeitung Novojagisen, Das neue Leben, 1917 während der Revolutionstage schrieb, Lenin vereinigte die unangenehmsten Eigenschaften der russischen Gutsbesitzerklasse auf sich. Und damit meinte Gorky, dass ihm die Menschen nur als Knetmasse galten, als Verfügungsmasse, mit der man tun und lassen konnte, was man wollte. In dieser Sicht war Lenin ein Erbe des zahrischen, des autokratischen Modernisierungsstaates. Sozusagen Russland in die Moderne katapultieren mit allem, was einem zur Verfügung stand. Und die Menschen waren dafür gewissermaßen eine Verfügungsmasse. Lenin aber glaubte offenkundig daran, dass es gelingen könne, durch diese Anstrengung, all diese Menschen, die dort im Dienste des Staates standen, zu befreien, zu emanzipieren, in neue Menschen umzuwandeln. Sein Menschenbild war eher pessimistisch. In seiner Schrift, Was tun, beschreibt er ja die Arbeiter als Menschen, die unfähig seien, ihren politischen Willen selbst umzusetzen. Er spricht ihnen nur einen gewerkschaftlichen Sinn für den Alltag zu. Und deshalb, und da steht er in der Tradition der zahrischen Intelligenzia und des zahrischen Staates, dass eben nur die Bolschewiki und nur die Berufsrevolutionäre imstandene seien, die Wahrheit zu sehen und sie den Menschen zu zeigen. Stalin hat das wahrscheinlich ähnlich gesehen, aber der emanzipatorische Aspekt entfällt bei Stalin. Und was bei Stalin hinzukommt, ist, dass zwar auch ihm die Menschen als eine Verfügungsmasse gelten, aber er stellte sie in den Dienst des Machtstaates. Also die Wiedergewinnung der imperialen machtstaatlichen Tradition des Zarenreiches kommt jetzt ins Spiel. Und zu diesem Zweck, kann man sagen, war es für Stalin gerechtfertigt, Millionen Menschen in Zwangsarbeiter zu verwandeln, sie verhungern zu lassen oder sie umzusiedeln, weil das alles dem höheren Zweck des imperialen Machtstaates galt. Und das unterscheidet Stalin von Lenin. Und das unterscheidet Stalin von Lenin.